Musik 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 Kill the Bishop of Bamp for me, and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Wie viel Zeit vor hat's das? Ottawa is the capital of all Canada. Schön find ich. Musik 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 So, is that a dark sword? We're gonna send you straight to heck! Oh, that's a normal sword. Musik 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 Klar, ich hab meist mit einer Kreissäge um mich herum. Ah, wieder ist er... 2200 ja klar war die mutige magie und schäfte wieder ich hasse diese chefs he knows not what he does remember the golden rule by the hammer of butters I just was seeing if it works Love thy neighbor Let's see how you like dealing with me Ah, verdammt Alle müssen eine Antwort, was ist los mit Kanada? I remember your glue You gave it your best shot, and that's all Jesus asks of you Okay, okay, whoa, whoa, whoa Please, you don't have to kill me I'll go away, and the prince will never know I'm alive Please, take these Diapig-Testikel and tell the prince they're mine Maybe if we replace his balls with the pig balls, he'll come back to life again Oh, I'm sorry Oh, absolutely Ja, 20% mehr Schaden gibt Du musst aber gucken, wie wenig Schaden das macht, wie viel das hier Also, eigentlich würde ich den schon am Leben lassen, aber ich wollte doch mal... Oh, was ist da? Ich will eben... Nee, das fühlt sich nicht richtig an Ich werde es vergessen Ich werde es vergessen Ich werde es vergessen knapp. Ich will ja kein HIV von ihm bekommen. Wenn die einen Schlag kriegst, dann halt. Aber mein Liege, wir haben gesagt. Sch, du. Sch. Du musst mit dem Duke von Vancouver sprechen. Er kann helfen Sie in den Katakombs. Gib dem Duke das. Hurry, jetzt. und jetzt sind wir schon einmal quer durch ich kann da many wonderful films are shot in vancouver all of them are about cabins terrorized by welcome to vancouver the san diego of canada welcome to vancouver they say that the duke earned his title by winning a log roll with the last dude yes yes i know but ottawa is clear on the other side of canada how are we supposed to get there uh-huh yes i see oh wow no i didn't know that yes come on yes i hate that guy too no i haven't seen that shows again someday maybe i'll be duke of vancouver the duke of vancouver is a very busy man a letter from the princess what the why according to this the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly young man if you wish to brave the catacombs of quebec you would have to speak with the monks who live to the southeast of town only they could train you in such a sorcery wo ich mit diesen menschen sprechen da habe ich schon in ottawa was von gehört eigentlich muss ich mal gerade gucken also ich dachte man sieht da noch was schönes mini map von kanada jetzt rede ich mal mit zwei bestimmten menschen die mich in der magie unterweisen wer könnte es nur sein wer könnte es nur sein ich dachte ich müsste ich nochmal antworten aber nein ich muss ich war schon auf der richtigen spur he knows dragon shout any magician's apprentice can dragon shout it's not like he farted into his hand and hit you in the face with it philip oh my god he can hop a spell if he's really good how come he can't sneak a fart behind your face the sneaky squeaker very impressive he is worthy of our training after all yes prepare thyself child it is time for you to learn some true magic your magic is impressive young american not since eric von thunderpants of nova scotia have we seen such prowess but now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency some objects seem too large to be damaged by magic but now i will break through it with nagasaki here watch again now you try believe in yourself okay okay that's it now let us see how nagasaki works in battle these three pedophiles from alberta will have their way with you unless you damage them all with one move not exactly no yeah 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 now go out and use your anus for the good of mankind and don't ever ever fought on a man's balls you must never use this thought for evil all on bars okay okay thank master i will not enttäuschen but now i have a nagasaki uh 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 um uh 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 Hallo? A sokoor! So? That one sounded like it hurt. Ah! Okay, now we're going through. Are you sure who that is? Oh, wait a minute. Oh, we're going to call... Mr. Kim. I'll tell you how it works. I'm going to do my war dance now. Is it okay? I'm sorry. I got to knock you down. Can you get to knock you down? I'm sorry. I'm sorry. Can I get to knock you down? I'm sorry. I made it to knock you down. Äh, soo. ich bin ja richtiger verbar geworden ja swiss libre juin ist frei te selas estraduet pa selas estraduet pa selaj voila bojo merci bocu geschafft sein wahrer hält kann er das alles in keinem abgeschossen er hat mich trotz mal heilen welcome to the ottawa your health is fully restored and your hiv test is negative a great part of the bank of canada welcome to the bank of canada welcome to the bank of canada welcome to the bank of canada Oho, amerikanische Mannschaft! Der pferde Bishop! Ich werde ihn für ein langes Zeit kommen. Du sollst mit dem Prinzen sprechen. Ich bin hier für die Begriffe. Okay, dann gehen wir wieder. Oh, Canada! Oh, Canada! Oh, Canada! Es war schön mit dir! Vielleicht kommen wir irgendwann wieder. Und jetzt ab nach Süden! Knapp sie! Okay, bevor wir jetzt zu den Jungs gehen, ab in die Kanalisation. Wir gehen jetzt in die Kanalisation. Ja, aber dann haben wir noch was übersehen. Oh! Oh! Okay, jetzt habt ihr mich dauer gemacht. Okay, jetzt habt ihr mich dauer gemacht. Okay, jetzt habt ihr mich dauer gemacht. Okay, jetzt kommt's zu den Jungs! Bho, Bho! Oh, was das? Ja! Oh, was das? Bho, Bho! Bho, Bho! Bho, Bho! Bho, Bho! Bho, Bho, Bho! Nimm das Nun hat unser tapfer Held nicht nur Kanada, sondern auch das letzte Kind von Mr. Hanky gerettet. Was wird Duschback dank seiner neuen Fähigkeit noch alles in der Kanalisation vorfinden? Und wird das übersetzte Dokument die Unterstützung der Mädchen sichern? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Untertitelung des ZDF, 2020